Jo Leute, nicht bei mir, dem Kramplayer und ich begrüße euch hier zu einem Gast-Upload auf dem lieben Kanal des wunderlieben schönen Dali Gamings. Ja, erstmal zu mir, ich bin der Kramplayer und mache Call of Duty Videos, auch generell PS4 Gaming, auch irgendwann später alles. Ist eigentlich auch egal, heute soll es nämlich nicht um mich gehen, sondern sollte es darum gehen um den lieben Dali Gaming. Also, ich fange erstmal an, darüber zu richten oder zu reden, was für eine Qualität dieser Typ eigentlich hat. Ich meine, er hat für seine 6000 Abonnenten eine extrem qualitative Facecam, wie ihr es nennen wollt. Er hat eine Elgato, um extra fürs PS4 Gaming aufnehmen zu können. Und er hat einfach, sein Mikrofon ist einfach ein komplettes Mikrofon, das ist kein Headset, das ist kein irgendein billiges Ding von, was weiß ich. Das ist echt high quality shit, wenn ich das mal so sagen darf. Und also, wenn man dafür nicht eigentlich schon feiert, das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Jetzt zu dem Teil, dass er jeden Tag ein Video auf seinem Kanal hochlädt. Ich meine, ein Video pro Tag, ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, ein Video pro Tag. Und er hat eine Ausbildung, er will vielleicht auch ein bisschen Freizeit haben und man muss bedenken, er schneidet wahrscheinlich 6 bis 8 Stunden an seinen Videos. Ich meine, schau euch die Videos an, das ist klar, dass er 6 bis 8 Stunden anschneidet. Auf jeden Fall ein Video pro Tag, das machen manche, die eine Million Abonnenten haben, machen das nicht. Und er hat 6000 Abonnenten. Das ist im Gegensatz zu so einem, der eine Million hat, eigentlich fast gar nichts. Ich meine, 6000 Abonnenten ist auf jeden Fall schon viel, das will ja außer Frage stehen, aber die meisten, die 20.000, 30.000 Abonnenten haben, die bringen vielleicht alle drei Tage mal ein Video. Und er bringt einfach jeden Tag unterhaltsame Videos, wo so viel Liebe und Bearbeitung alles drin steckt und hat nur 6000 Abonnenten. Nur ist jetzt halt ein bisschen untertrieben, 6000 ist viel, wie schon gesagt. Aber nur, ich meine jetzt wirklich nur, weil für die Qualität, da müssten eigentlich schon 100.000 am Start sein, meiner Meinung nach. Es ist einfach so. Da verstehe ich manchmal auch einfach YouTube Deutschland nicht. Es werden solche Leute gefeiert, dessen Namen ich jetzt auch nicht nennen möchte und dann wird sowas nicht gefeiert. Aber naja, ich habe da nichts zu sagen und das entscheidet YouTube. Nun zur Unterhaltung generell. Ich finde, die Unterhaltung ist so gut, dass man sich das Video wirklich komplett angucken kann. Das muss erstmal ein YouTuber schaffen, dass die Zuschauer sich ein Video komplett angucken. Bei manchen Videos, die einfach nur, ja, runtergebrettert sind. Hier, wie zum Beispiel meine Videos sind auch, steckt auch nicht so mega viel bearbeitet. Und gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil ich auch viel mit der Schule zu tun habe. Aber es ist auch egal. Einfach, dass man sich das wirklich angucken kann, dass man auch über die Sachen lachen kann, größtenteils. Das muss man auch erstmal erreichen. Und jetzt möchte ich nur was zum Vergleich sagen. Heute versus früher. Ich kenne Daddy Gaming und seinen Kanal schon, seitdem er, ich glaube, 1000 Abonnenten hat. Oder 1200 um den Dreh, sowas. Oder 1500, ich weiß. Seitdem kenne ich die YouTube. Ich habe damals schon seine Videos geguckt. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu heute, waren die Videos damals eigentlich fast gar nichts. Damals hatte er auch, ganz, ganz früher, hatte er auch so Sachen ohne Face Game, ohne alles, Video Qualität. War auch halt von der PS4, wie schon gesagt. Was heißt, habe ich nicht gesagt. Und Audio Qualität, ich weiß nicht. Man hat sein Gesicht nicht gesehen. Hätte ein Headset sein können. Weiß man aber bis heute nicht. Und ja, das ist einfach. Ich finde sowas ist in dem Sinne krass, wie schnell Leute sich verändern können. Ich meine, okay, sechs Monate ist schon eine Zeit. Aber wie hat die Video, weil da hat er ja nicht jeden Tag damals ein Video rausgehauen. Nee. Damals hat er vielleicht alle zwei Tage oder so ein Video rausgehauen. Aber jetzt bringt er jeden Tag ein Video. Das muss man sich echt mal, ich weiß, ich komme da wieder drauf an. Aber das muss man sich echt mal für jeden Tag ein Video bei 6.000 Abonnenten. Das muss man echt mal schaffen. Und jetzt möchte ich mich nochmal dafür bedanken. Und Dali Game auch dafür loben, dass er Sachen wie Gast Uploads überhaupt zulässt. Weil ich meine, das macht kein großer YouTuber. Oder jemand, selbst wenn du jemanden anfragst, der 1.000 Abonnenten hat. Können wir mal zusammen aufnehmen. Und du hast, sagen wir mal, 10 Abonnenten. Der guckt, glaube ich, nicht mal deine Videos. Der sagt einfach, nee, du hast 10 Abonnenten. Warum soll ich dir helfen? Aber Dali Gaming sagt einfach, komm. Ich mache es noch besser. Ihr nehmt mich mit mir auf. Ihr dürft einfach einen Gast Upload auf meinem Kanal machen. Und der macht Kanal der Woche, Kanal Vorstellungen. Der probiert wirklich kleinen YouTubern echt wirklich intensiv zu helfen und die weiterzubringen. Und das verdient ein großes Lob. Aber das war es dann auch schon wieder von mir mit dem Video über den lieben Dali Gaming. Und ciao.